jo leute herzlich willkommen zu diesem video und ich wollte nur noch am anfang kurz was sagen sorry leon hat eingestellt dass man seine stimme nicht hören kann ja ich hoffe euch auf das video like und abo da lassen haut rein leute und tschau wir nehmen doch grad b ein was jetzt so voll voll dumm dann spawnen hier alle wieder hier und wir verliehen wo du so ein wechsel wüsstet pass auf da kommt er damit fährt hast du ja schon tot alles gut wir gehen zu c ja aber wieso stelle ich mich denn da auch immer auch wieso gebe ich ihm jetzt versorgen ich will mir selber versorgen geben dann wird sie einfach um drei erstmal weg gehen alter fein getroffen sie macht sich das mein lifestyle hier ist nur einer drin und der chill da vorne guter wissen er möchte ich habe dir das ist doch wenigstens los mit dir ich kann schon wieder nicht das ist so kommt mal das schilder ich weiß du kannst wie wir bei dem du bist ein meter von mir weg er geht weg komm ich lieg doch hier ich lieg doch hier acht meter sieben meter acht meter neun meter zehn meter wirklich das sind die medics in battlefield 1 wie ich sie liebe jawoll 11 meter und er hat kämpft da sich ein arbeiter 13 metern nice unkel zocker stiehlern granate ja ich komme mit dass ein panzer verpistig das habe ich sollte natürlich nicht an dich persönlich gehen sondern dass du da weg gehen soll ja okay ja sorry ja da chillt einer bei c und sniper meint er jetzt drauf ach nee das ist das ist ein alter junger ist mit ihr hol den doch geht ja das gewähren sich ist eigentlich ganz geil ich gucke nur ganz kurz auf die karte sehen punkte und hier ist keiner mehr aber jungs liegt euch einfach hier hin und da ist die näher ganz viel jungs im mund 35 38 zu 19 und ja das war ganz gut ja aber wir sind alle ganz oben ganz toll ganz oben ich hoffe dieser zusammenschnitt von dieser runde operation eroberung auf kregen beisei hat euch gefallen wenn ihr alles ein like und abo da und schaut bei den jungs auf instagram vorbei link in der beschreibung oder auch nicht okay dann haut rein leute und schau link in der schau